Der Baum für Sie, Frau Hage. Der Baum ist für mich das Sensrum der Entwicklung. Und man kann überhaupt nicht genügend Bedeutung beimessen, als Lebensnorm, als Ausgangspunkt für alles Weitere und insbesondere in Bezug auf den Klimawandel. Inwiefern? Ja, weil er Sauerstoff produziert, weil er Staub bindet, weil er grüne Räume schafft in kargen, ärmlichen Gegenden. Bei Wohnungsbaugesellschaften habe ich immer gesagt, der Baum ist das Kapital der Siedlung. Er geht nicht nur in die Fläche, wie die Grünanlage, sondern er geht in den Raum. Und viele schlechte Architektur oder schlichte Architektur wird durch den Baum gegrünt, verdeckt und entsprechend verschont. Genau. Ja, besten Tag. Ja. 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 Ja.